Servus Leute, Willkommen zurück zu Shadow of Rome. In der letzten Part haben wir... hoppla. Die Runde begonnen, aber sie nicht geschafft, weil die doch... hoppla. Weil sie doch etwas schwieriger ist als erwartet. Großer Streitkopf und kleines Hundschild. Ich nehme das, weil da habe ich gleich ein Schild. Das ist nicht schlecht. Und Antivir hat sich auch gerade gemeldet, das heißt, es wird jetzt nicht mehr stören. Perfekt. Okay. Haha! Die haben sich gerade gegenseitig geknallt. Oh. 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 Dreck. Ja. Hilfe mir. Oh. 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 Hier. Mann, oh, dieser Eumel. Gut, der ist weg. Jetzt zu euch. Was habe ich da gelesen? Schlüssel? Mit deinem Kack-Bogen. Oh. Oh. Ja. Da. Penner. Du bleibst gefälligst stehen. Nein. Zwei Leute. Die machen mich so alle. So. Ja, schießt du deine Pfeile von mir aus. Wow. Ich habe etwas zu essen. Ja. Schneller, 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 schneller. Du dreckiger. Ja. Vorbeirennen. Oh, da ist eine Frau. Oh, schneller, schneller. Oh. Ich will nicht sterben. Aber du wirst gleich sterben. Eine Fackel. Was noch? Nichts mehr. Und da da. Lebt er noch? Ja. Das könnte sich jetzt eine Weile ziehen. Vielleicht kann ich ihn auch mit dem Schild angreifen. Ja, kann ich. Das wird wahrscheinlich ewig dauern. Aber ich muss den loswerden. Guckst du jetzt bald aufgeben. Never give up zählt für dich nicht, mein Freund. Moment. Oh, fuck. Da habe ich noch. Komm her. Ich will doch nur, dass du stirbst. Mehr will ich nicht. Ah, das kann ja dauern. Einmal mache ich es noch und dann nehme ich mein Schild und haue den da unten eine rein. So. Toll, jetzt muss ich ihn zuerst eine reinhauen. So, jetzt. Schnell. Komm mit, Frau. Aua. Du blöder Penner. Lass die Frau in Ruhe. Schnell, Frau. Ja. Ich will nicht sterben. Hat die hier. Ja, gepinkelt. Na ja, gut. Kann man verstehen. Komm mit, Frau. Wow. Danke. Das ist meine Waffe, du Penner. Das ist meine Waffe, du blöder Penner. So, komm mit, Frau. Komm mit. Schneller. Da ist der Ausgang. Raus mit dir. War ich die Frau gerade? Lass die Frau in Ruhe. Jetzt reicht's. Du auch. Aua. Yeah. Ja. 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 Was liegt da hinten? Nein, die greifen die Geißler an. Jetzt reicht's. Ich hab das jetzt die Geißler in Ruhe lassen. Was? Irgendwas ist da. Ja. Ja. Oh, toll. Ja, aufzulachen. So, der eine ist tot. Blöder. Oh, verrecke. So, eine Frau schlägt man nicht. Oh. Na, danke. Blöder. Da lässt die Frau nicht in Ruhe. Ja. Ich hab den Fall gesehen, aber konnte nichts machen. Weil ich zu langsam bin. Ja. Ja. Und mit schnell. Der hat noch ein Krummsäbel. Oh, das schaffe ich ja nie. Da. Verreckendlich. Äh. Was du was? Bring mich um. Das könnte dauern. Das könnte extrem lange dauern. Ich habe aber keine Lust, das rauszuschneiden. Ich bräuchte eine anständige Waffe. Nein! Schon wieder? Gerade noch! Aua! 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 Okay, ich brauche mehr Wasser. Dann haue ich euch eben mit dem Schild. Aua. Das ist Stachelshit. Er führte auch seinen Dienst, wollte ich sagen. Penner! Hab der eine Waffe für mich? Meins! Eine Waffe zufälligerweise? Ja, da hinten. Schnell essen. Da ist der eine. Und er muss sich glaube ich nicht killen. Ah, den da. Wo ist er denn jetzt? Ah und Messer. Komm her! Ach, komischer Typ. Ich versuch mal raus. Ich werde den abknallen, den Feuerbogen, den Feigling. Ja, jetzt ist er da oben. Was? So, ich werde von einem verfolgt. So, der ist tot. Was ich eigentlich nicht wollte. Auf das Teil zu drehen. Ja! Jetzt kann ich glaube ich diesen Käfig eröffnen. Komm mit! Oh, gut, gut. Das heißt, mir fehlt nur mehr eine. Ohne eine Waffe stehe ich natürlich blöd gegen den da. Ja! Gib mir eine Waffe! Was wurde denn... Was wurde denn geschmissen? Toll, wo ist die Waffe? Da! Ihr beiden Penner! Aua! So! Ja! Ja! Ist der verdient, das alles? Oh nein, Bogenschütze, wieder ein dreckiger. Sag mal, wie nehme ich die Waffen weg? Da! Aua, in die Ferse. Oh, mein Käse ist weg. So. Ja, ist schneller. Haha, sie haben sich gegenseitig abgeknallt. Schon wieder brauche ich hier fast ein Part. Ist schneller. Ja gut, ich habe ihn ein paar Mal verbrannt, aber ich bräuchte dringend eine Waffe. Ja, nein, 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 hoch da. Ja, jetzt ist es natürlich zu spät. Das hätte ich jetzt nämlich gut brauchen können. Vielleicht kann ich ihn in eine reinhauen, wenn er runterkommt. Okay. Da ist auch einer. Das ist der von vorhin. Gut. Jetzt gibt mir deine Waffe. Natürlich lässt er sie da unten fallen. Okay. Ah, da ist der andere. Lasst mich doch in Ruhe. Tralalalalala. Gib mir was. Logisch, dass der mich verfolgt. Also das dauert. Die Runde, die dauert. Wenn es jede Runde so lange dauert, dann Prost Mahlzeit. Mein Bogenschütze da. Der nervt volle Kanne. Das ist so scheiße. Ich kann so nicht mal anständig kämpfen gegen die, weil ich keine Waffen habe. Werde ich verfolgt? Ja, natürlich werde ich verfolgt. Und ob ich dich kille? Ja. Jetzt reicht's mir. Schleder. So, jetzt reicht's mit dir. Kerle. Oh, und da ist noch einer. Die nerven echt sowas von. Au ab! Ich glaub mir gar nicht, dass ich das grad nervt. Ich muss woanders hin. Um das zu essen? Ne. Lass mich in Ruhe! Ja. So, jetzt zu euch beiden. Hinter mir ist schon wieder ein neuer, oder? Ja. Mann, die nerven. Hat auch noch ein Krummsäbel. So. Falls du jetzt endlich mal um. Ja. Dieser Saftsack. Ja. 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 Stirb endlich! Ja. Irgendwo hinter mir. Da hinten. Ja, und der nimmt's auch noch. Hau ab! Das ist meine Waffe! So, jetzt reicht's mir! Ich werde dich töten! Ich werde euch alle töten jetzt! Eine neue Waffe! Wem von euch muss ich eigentlich killen? So! Logisch, dass ich da nicht vorbeikomme! Wer von euch hat jetzt den Schlüssel? Blöder, der hat meinen Speer geklaut! Das ist mein Speer! Meins, meins! So! Irgendwas zu essen? Ne! Das dauert! Jetzt komm mit! Ich werde dich vernichten! Gibst du jetzt bald auf! So! Jetzt komm mit, Frau! Das gibt's doch nicht! Ich werde schon wieder ein neuer Gegner, oder? Ne! Okay! Er hat keine Dings mehr! Komm mit, Frau! An ihn vorbei! Und der kann nix mehr! So! Gib endlich den Löffel ab! Ach, ich lass dich einfach! Komm mit, Frau! Schnell! Komm mit, Frau! Jetzt ist die Gunst der Stunde! Alle sind halb tot! Komm mit, Frau! Renn! Nimm die Beine in die Hand! Schneller! Nicht du! Schnell, Frau! Da ist der Ausgang! Raus mit dir! Oh mein Gott! War das eine Qual! Mann war das fordernd! Jetzt sind die fast eine Stunde, oder so! An dieser einer Runde! Ist auch noch die erste Runde! Oh mein Gott! Da frage ich mich, wie die anderen Runden so sein werden! Oh ja! Auf jeden Fall! Oh, danke! Runde 2! Und würde ich sagen, Moment, hm, dieser Girl kommt mir bekannt vor! Das müsste ein Raubtier aus meinem Heimatland sein, ich hoffe, du bist für diesen Kampf bereit! Oh nein Heute steht wieder ein Raubtierakt an Wer weiß, was dich erwartet In meiner Heimat will mir das vor Raubtier Löwen, Elefanten, Leoparden, Rhinoceros, Hippos Für mich gehören sie zur Familie Tut mir leid, ich weiß nicht mehr über diesen Kampf Geh einfach raus und zeig dann Diesen Bestien, wer hier im Haus ist Auf jeden Fall werde ich jetzt den Part beenden Das war Shadow of Rome Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Für dich